So, das hier ist die Stihl 041 AV Oldtimersiegel. So, der Auspuff führt nach da. Das ist ein Zimperationssystem, deshalb ist auch so viel Platz zwischen. Hier kann man die Ölpumpe einstellen. Hier sind Klasse, Gashebel, Standgas, Schalter an, aus und schlussendlich noch die Daten zum schönen alten Stihl-Logo. Benzintank, Öltank und Handschuhe. Jetzt werden wir das genau an, wie die funktionieren. Als erstes ist es wichtig, dass auf 0 ist auf Schock. Wenn man auf 1 macht, ist der Pagadier auf. So, das ist ein Zimperationssystem. So, da mal hier ist die Stihl-Logo zu haben. số 2